Hallo zusammen, mein Name ist Yannick Wieget, ich bin 24 Jahre alt. Zurzeit spiele ich in der Zweitliga Interregional beim SC Schäftland. Ich bin zuständig für die Region Bern, leite die Trainings dort für 360 Football und ich studiere auch da Sport. Vor drei Jahren habe ich Challenge League gespielt beim FC Wohlen und danach ein Jahr noch in der Promotion League. Ja Leute und ich werde heute Yannick trainieren, mal schauen was er so drauf hat, ob die Technik sitzt und ich würde meinen, legen wir gleich los, vamos. Musik 2 Der letzte 5 1 3 5 15 1 1 2 1 2 1 2 1 2 so auch zack und ja und ja und ja und ja und 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 1, 2... 1, 2... 2, 1... 2, 3... 2, 3... 1, 2... 1, 3, 1... Ja gut gesicht. Spielen, spiele, zack. Schalte, spiele, boom. Ja. Ja gut gesicht. Ja, Ball. Grap, gut gesicht. Zack, mitnehmen, spiele. Und jetzt aufs Teckel. Und schnell. Gut. Super und jetzt aufs Teckel. Ja. Steig rein, spiele. Und bock, 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 bock. Und bock, bock, bock. Bleiben zu. Zack, mitnehmen, spiele. Steig ein bisschen abrück. Ja. Okay, mitnehmen, spiele, bock. Und bock. Bleib schon rein, bock. Und bock. Und bock. Und go. Ja. Okay, mitnehmen, spiele. Und go. Ja. 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 Ja Leute, das war es mit dem Video. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und wir sehen uns beim nächsten Video.